Also ich bin am Loch von der Mauer hinten, dass ich bin. Okay, wir sind auf der anderen Seite gespawnt, auf dem Schiefplatz und sind jetzt bei den Baracken. Okay, wird besnipet. Bei den Gleisen wird geschossen. Naja, wie gesagt, alle Bosse sind jetzt 30%, auch die Rooks hier sind auch auf 30%. Spawn. Kann nur sein, dass die da sind. Guck mal, hab ich sterben? Ja, hast du denn den Fuß kaputtgetreten, Crossy? Ne. Wollten wir mal testen vielleicht. Das haben die auf Deutsch. Vorher stand da mal durchbrechen, das fand ich ganz gut. Jetzt steht da Eintreten. Du musst halt also verschlimmen, was er hat. Um einiges. Ich guck mal vor, ob ich... Oh, das könnte sich öffnen, als einiges wollen. Kann ich auch sagen. Oh je. Und ich höre einen GP hier. Hm. Okay, ein Schützer rennt zum Ausgang. Oh oh. Hier einfach ein Skeff-Spieler-Stand neben der Kiste mit einem Messer in der Hand. Ja, der ist... Wie eskalierend. Ja. Hier rannte auch was an mir vorbei. Die beiden treffen sich gleich hinten. Können sie nicht einfach weggehen? Wer kann nicht weggehen? Der Spieler, der hier oben am Hang kreist. Aber er ist weggegangen. PMC oder was? Den habe ich nicht gesehen leider. Ich gehe mal vom PMC aus. Der andere, der kam von dem Hubschrauberplatz aus. Das war auf jeden Fall ein PMC. Den habe ich gesehen. Ich bin selbst erschreckt. Ich gehe jetzt weiter weg. Ich bin selbst erschreckt. Oh, ich glaube, die hat alle gekillt. Wer? Wer auch immer hier geschossen hat. Aber ich habe eine Flash geworfen und es hat nur einen Scaff gespriehen. Und keine Rooks oder so. Mhm. Dann war da ein Spieler, der die alle gefiltert hat. Oder die haben einfach die nicht Bock reagiert. Ach du Scheiße, hier läuft was mit Taschenlampen rum. Ja. Mhm. Mhm. Und Laser. Ich bin down. Mhm, Claudian. Ja. Ein bisschen gezuckt hat er, als ich zurückgeschossen habe. Hm? Aber mal gucken, ob der Server die Schüsse überhaupt wieder gewertet hat oder nicht. PMC, äh, IoT-Spieler. Ja, 21 Körper, 65 Rüstungsschauten. Wo hast du dich denn zuletzt aufgehalten? Der ist eins. Es waren zwei. Es waren zwei. Einer hatte Taschenlampe mit blauem Laser und der andere hatte nur eine Taschenlampe. Okay. Haben halt unglücklich. Ich hab eigentlich gedacht, dass der mit der Taschenlampe mit dem blauen Laser zuerst rumkommt. Aber dann kam der hinter mir rum und dann musste ich mich noch umdrehen. Wie es halt so ist, ne? Mhm. Hm. Hm, 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 hm. Oh, dann wochen wir es doch los? Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. ja wenn er in diesem medic haus oder schild halb unterhängt dann kommt es an die schildern 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 Die Waffe wäre toll, ne? Die Waffe wäre toll, wenn man die Waffe wäre. Ahem. Hm, komm mir gar nicht mehr so sicher auf die Sonne. Ich weiß nicht was ich meine. Das sieht aus. Exakt. Espo, weißt du zufällig welche Kass wir jetzt gleich machen für dich? Äh ne noch gar nicht. Würde ich nämlich gerne schon ausrüsten. Morphin brauche ich glaube ich. Das war ja noch offen. Einmal. Ja, das ist mir was nebenbei passiert. Ja. Aber so habe ich jetzt gerade nicht zum Kopf. Ja. 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 Okay. Ja, wie geht's euch? Schönen guten Abend. Alarm! Alarm? Warte mehr. Wie geht's dir? Freut mich. Ach, Schrauben! Lina, wie geht's dir? Echt? Bin ich zu leise, oder was? Ich wusste es doch wieder, was verstellt hier. Bin ich im Discord auch so leise? Nein. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, okay. Im Update haben die irgendwas auf dem Mikro verstellt. Keine Ahnung. Bei mir ist nie was verstellt. Trotz den ganzen 10.000 Updates, die hier laufen. Ja, können wir auch nicht mehr. Damals war es mal ein bisschen gut, aber... Ja, seid mal froh. Ich habe im Stream-Mod losgelabert und wollte ja auch wieder nicht gehen. Hab ich gesehen. Ein bisschen synchron sprechen. Wollte sie bestimmt später noch anders hinverlegen. Ja, einfach auf jeden Fall nachverkommen. Naja, das ist halt, damit er das gleiche Intro für OF und Twitch hat, ne? Ja. Ja, das macht ihn. Ja, das ist laut. Ja, das ist doof. Ich brauche mindestens vier Spiele, aber heute fünf gerne Presser. Dann müssen wir ein paar Quest machen können. Wir warten, dass sie seit drei Wochen da rauskommt. Jetzt haben sie auch noch die Boss-Boards erhöht. Ich weiß, welche Quest du meinst. Ja. Erstmal gleich gucken, wie wir sehen. Okay, der Game-Ton ist laut. Ich muss auch mal noch mal ein Feuer machen. Timo ist leider normal auf der Map. Ja, also ich mag gar nicht sagen, tatsächlich ist der Sound normal. Macht der irgendwie? Ja. Du hast doch schon lange nicht mehr gespielt. Die Lumber-Pier. Ja. Wo war denn dein Tag heute? Keine Ahnung, wer der ist. Frosty schon raus? Ja, alles war's. Okay. Das sehe ich tatsächlich nicht mehr.